Viele Aktionen, die hier gemacht werden und so weiter, sind einfach total daneben. Ich verstehe nicht ganz... Mann! Ich verstehe nicht ganz, wie das Ganze weitergehen soll. Ganz ehrlich, ich finde, dass die Regierung da irgendwas unternehmen sollte und definitiv muss da irgendwas passieren, weil so kann das nicht weitergehen.